Wir werden uns die 5 Leute ansehen, die Area 51 gestürmt haben. Area 51 ist einer der mysteriösesten Orte der Welt. Seit Jahren kreisen seltsame Verschwörungstheorien um diesen Ort. Da es sich um eine geheime Militärbasis handelt, ist nicht viel darüber bekannt. Haben sie wirklich Außerirdische irgendwo eingesperrt? Was passiert, wenn man versucht, Area 51 zu betreten? Und gibt es eine Verbindung zwischen diesem Tunnel und Area 51? All das und vieles mehr seht ihr jetzt im Video. Bedrohliche Begegnung Das Video beginnt mit zwei Motorradfahrern, die kurz davor sind, Area 51 zu erreichen. Doch wenige Meter vor der Grenze zu Area 51 kommt ihnen ein mysteriöser Wagen entgegen. Es ist das Fahrzeug der Wachmänner. Die Motorradfahrer fuhren weiter, bis sie ein Schild erreichten, das sie daran hinderte, weiterzufahren. Und was dann passierte, ist erschreckend. Das war's. Die Motorradfahrer fuhren. 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 Und es ist bis heute ein Rätsel. Die Motorradfahrer fuhren. 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 Oh, was ist das große Dropfer? Das ist ein Wach. Und das ist der Wach? Die Motorradfahrer fuhren. Die Motorradfahrer fuhren. Die Motorradfahrer fuhren. Das ist total krass. Während sie Richtung Area 51 laufen, stoßen sie immer wieder auf merkwürdige Wandmalereien, auf gruselige Steinreliefs und auf Absperrungen. Irgendjemand versucht hier mit allen Mitteln Fremde von Area 51 fernzuhalten. Hier zum Beispiel mit dem Einsatz von Stacheldraht. Nach etwa einer Stunde sind sie ihrem Ziel sehr nahe, zumindest glauben sie das. Ein scheinbar unüberwindbares Tor versperrt ihnen den Weg. Ich glaube, sie sind kurz davor, Area 51 zu betreten. Eine solche aufwendige Absperrung ist für mich das Zeichen, dass Area 51 kurz vor ihrer Nase ist. Was denkst du? Leider bekommen sie das Maske. Ich denke, am Ende des Tunnels könnte sich ein geheimer Eingang zu Area 51 befinden. Wäre das nicht krass? Was denkst du, wo der Tunnel hinführt? Schreib es mir in die Kommentare. Aber wenn man bedenkt, dass sich dieser Tunnel an der gleichen Stelle befindet wie Area 51, frage ich mich, ob es irgendeine Verbindung zur Einrichtung gibt. Vielleicht wurde es von Mitarbeitern von Area 51 verwendet, um Gegenstände von Punkt A nach Punkt B zu transportieren. Es bleibt ein Rätsel, was sich am Ende dieses Tunnels befindet. Denn bis heute konnte niemand diese Absperrung durchbrechen. Die Flucht aus Area 51 Dieses nächste Video kommt von einem Kanal mit dem Namen Licking Guy. Wie der Name des Kanals schon andeutet, ist es ein YouTuber, der zu berühmten Orten geht und die dortige Sehenswürdigkeit leckt. Dabei entstehen nicht selten witzige Videos. Aber was ihm in Area 51 passiert, ist alles andere als lustig. Das Video beginnt damit, dass er sich auf den Weg zu einem Hintereingang zu Area 51 macht. Bei seiner Ankunft geht er zum Hintereingang und sieht ein Warnschild, das jedermann den Zutritt verbietet. Obwohl er die Grenze zu Area 51 nicht überquert, tut er etwas, das genauso schlimm ist, wie wenn er einbrechen würde. Er leckt das Schild und reißt es dann vom Tor ab. Dann geht er damit weg und Sekunden später geschieht Folgendes. In der Ferne wird plötzlich ein Schuss abgefeuert. Es ist unklar, ob die Schüsse abgefeuert wurden, um ihn abzuschrecken, oder ob sie es wirklich auf ihn abgesehen hatten. Obwohl es lustig erscheinen mag, war es ein gefährlicher Stunt, der Böse hätte enden können. Sagt mir, Dreamer, hättet ihr euch getraut, so etwas zu tun? Das ist nämlich Lebensmühle. Begegnung mit Alien Die nächsten Aufnahmen stammen aus einem Interview mit Bob Lazar, einem ehemaligen Mitarbeiter von Area 51, der von den Erlebnissen erzählt, die er während seiner Arbeit dort gesehen hat. Die Dinge, über die er in den folgenden Clips spricht, sind wirklich beunruhigend. Und die Aufnahmen sind unfassbar. Ich bin mir nicht sicher, ob das real ist. Meint ihr Bob Lazar ist ein Betrüger und hat das alles frei erfunden? Oder spricht Lazar hier die Wahrheit und zeigt uns hier echte Aufnahmen von einem Außerirdischen? Schreib mir in die Kommentare, was du denkst. Dieser kleine Außenposten, der nur als Black Mailbox bekannt ist, ist eines der vielen klassischen Geheimnisse von Area 51. Ein Tourist hat Anfang des Jahres die Black Mailbox gefilmt, als plötzlich ein unscheinbares weißes Auto mit stark getönten Fenstern direkt vor dem Briefkasten anhält und es öffnet. Der Mann im weißen Auto ignoriert völlig die Tatsache, dass er aufgezeichnet wird. Ich frage mich, was sich in diesem geheimen Briefkasten befindet und ob es wirklich in Verbindung zu Area 51 steht. Was denkst du? Was verbirgt sich in diesen Behältern? Danke fürs Zuschauen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao!